Auf zum Haus der Blüten. Es hat rote Lampen. Also suche ich rote Lampen. Ich finde das Bordell. Finde den Weg zum Haus der Blüten. Oh, das Schild hätte ich fast übersehen. Sieh an, was haben wir denn da? Da drüben war ich ja schon. Oh, was blinkt denn da noch? Und wisst ihr was? Ich riskiere das jetzt mal. Ich riskiere das jetzt mal. Ich kann immer noch nicht speichern. Ich riskiere das nicht. Ich riskiere das nicht. Wachmann, geh weiter. Geh woanders wachen. Raus aus dem Licht. So, muss ich jetzt hier hoch? Ach, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Manchmal blickt hier einfach so irgendwas vor sich hin. Ich schätze mal, wir würden dann da... Ne, das ist auch bloß so eine kleine Nische. Ah, hier gibt's nix. Hinauf. Waren wir da schon drin? Da läuft doch einer. Mach das Licht aus. Uff. Sonst blinkt hier nix. Nein. Und... Auf zur Bank. Ah. Und... Ah, ne Fliege vorm Monitor. Das irritiert ein bisschen. Aber... 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 Mh... Komme ich da irgendwo hoch? Ne. Versuchen wir es mal hier. Oh, und hier muss ich wieder durch so eine beleuchtete Gas. Und jetzt fliegt die Fliege genau vor meiner Nase. Äh... Äh... Da liegt auch noch was. Ähm... Lalalalalala... Der Fackelmann. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Ähm... Karte? So wirklich übersichtlich ist die Karte nicht. Äh... Was ist denn das? Ein Händler. Ah, ein Händler. Zum Händeln. Ich würde mir ja zu gern das Zeug schnappen. Geht das von hier? Ah, da ist auf jeden Fall noch was drin. Äh... Schönes Besteck. Goldene Messer und Gabel. Da ist auch noch was. Ja, den Fokus möchte ich nicht zu... Zu sehr... Zu häufig benutzen. Weil nicht, dass irgendwann mal eine Stelle kommt, wo ich ihn dringend brauche. Und dann... Dann stehe ich da. Kann ich rüber hopsen? Hoffentlich sieht mich hier keiner. Höh... Waa... Waa... Ich will... Nicht... Runterspringen. Nicht wirklich. Was ist denn das da hinten? Nee, ich will nicht runterspringen. Mhm. Na komm, ich hab vorhin schon so verzweifelt gesucht und diesen Knopf da an der Wand übersehen. Dass ich mich jetzt mal doch lieber auf den Weg zur Bank mache. Die... Okay, komm ich da... Wie komm ich da hin? Wie komm ich da am besten hin? Muss ich wirklich unten lang gehen? Ich will nicht unten lang gehen. Ich würde zu gern oben lang gehen. Da komm ich nicht hoch. Hier gibt's auch nirgends was, wo ich einen Pfeil hinschießen kann. Da komm ich nicht hoch. Da könnte ich vielleicht hochkommen. Ja. Ah, guck mal an. Da, leise. Garrett, leise. Kann ich hier noch was reißen? Nö. Dann. Dann, dann, dann. Da draußen kann ich stehen. Sehr schön. Das fällt doch auf, wenn ich da jetzt gegensemmel. Das fällt doch auf. Und wie war's? Das geht noch von der anderen Seite? Hallo? Ich möchte nicht runterspringen. Ich möchte gerne... Ich muss scheinbar wirklich runter. Hm. Ja, ich weiß, souverän spielen geht anders. Es tut mir leid. Aber ihr habt wenigstens den Vorteil, ihr könnt vorspulen, wenn es euch zu lahm ist. Wenn ihr denkt, Mensch, der findet ja den Weg nicht. Einfach in die nächste Folge springen und... Oder auf die nächste Folge warten. Je nachdem. Kann ja sein, dass ihr den gleich bei Veröffentlichung guckt. Und ansonsten gerne lachen, ob der Verpeiltheit meinerseits. Oh. Habe ich den Schrank übersehen? Ist da noch was drin? Ne. Ah, nö. Ich möchte aber nicht da runter. Ich möchte nicht da runter. Und ich möchte mal die große Karte haben. Äh. Ja, scheinbar muss ich wirklich runter. Das ist... Das finde ich nicht gut. Und ich frage mich, wie ich da... drüben hinkommen soll. Kann ich da nicht rüberspringen. Und... Ein Ding für einen Seilpfeil gibt es hier auch nicht. Doch, da oben. Aber... Ja, von da kann ich auch nicht drüberspringen. Gut. Alles klar. Durch die Gasse hier werde ich ja auch nicht kommen. Ähm. Kann ich vielleicht einfach hier lang? Läuft da wer? Läuft da jemand Wache? Nö. Ähm. Ähm. Nee, das scheint keiner zu kommen. Und da drüben muss ich rein. Kommt schon, Mädels. Zehn Minuten. Mehr will ich nicht. Ihr steht im Haus der Blüten auf der schwarzen Liste, Lord. Du bist gar kein Lord mehr, stimmt's? Schwarze Liste? Äh, was? Er redet da. Wie lange? Bis du wieder Geld hast, Edmund. Also für den Rest deines Lebens. Aber du findest sicher eine billige Hure in den Gassen, die dein Verhalten erträgt. Du genießt das viel zu sehr, Mädchen. Nein, Edmund. Gerade im richtigen Maße. Hm. 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 Ich glaub, da möchte ich nicht runter. Nein. Warum wird mir denn die Rolle da nicht angezeigt? Ah. Ein Schalter. Mhm. Was immer dieser Schalter ausgelöst hat. Gut. Gut. Gut, 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 gut. Ich hab's doch geahnt, dass da einer... Wache läuft. Ähm. Hier. Kann ich hier was machen? Kann ich hier was machen? Ähm. Nö. 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 Da komm ich auch nicht rein. Lalalii. Lalalali. Äh. Angst. Angst. Da kommt er, da kommt er, da kommt er. Der Eingang des Hauses der Betten muss hier irgendwo sein. Okay, jetzt läuft er links und irgendein Kollege hinter ihm her. Das finde ich nicht schön. Das finde ich nicht schön. Bleib mal stehen. Bleib doch mal stehen. Bleib doch mal. Uaaaaah. Uiuiuiui. Na, hau ihn weg. So, nervt nicht. So, gucken wir nochmal. War noch eine zweite Wache. Wo ist die hin? Paschen wir mal schnell da rüber. Na, zweite Wache. Wo bist du? Hm. Hm. Nö, da ist sie. Verdammt. Sieh mich nicht. Sieh mich nicht. Sieh mich nicht. Sieh mich nicht an. Und er hat nix dabei. So, dann sind wir doch jetzt hier langsam mal bei der Bank angelangt, oder? Hm. Dich nehme ich noch mit. Bank, 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 Bank. Da oben muss ich irgendwie rauf. Da oben muss ich irgendwie rauf. Das Haus der Stadtratswache? Ja, hab ich. Streng bewacht. Wie vermutet. Und die Büste des Barons? Reines Gold. Ein Vermögen wert. Sogar mit der Visage von Northcrest. Leider wird die Büste nachts mit diesem speziellen Sicherheitsmechanismus eingesperrt. Verdammt. Zu riskant. Ich blase die Sache ab. Soll jemand anders für den Versuch hängen, sie zu stehlen? Oh nein. Da kommt schon wieder die Wache. Äh. Äh. So, das werde ich gerne noch mitnehmen. Und ich muss irgendwie nach da oben. Mit einem Seilpfeil, den ich... Den ich, glaube ich, nicht habe. Nee, den ich nicht habe. Hm. Es gibt doch bestimmt noch einen anderen Weg da hoch. Ich würde gerne da irgendwie hoch. Hallo? Nee. Nee, hier komme ich nirgends hoch. Wann kommt der da hinten denn wieder? Moment mal, da ist doch auch noch ein... ...ein Steg zum Drauflaufen. Ähm. Aber das wird doch alles nix. Ähm. Ab andererseits wollte ich hier durch diese Tür. So, Tür zu. Licht aus. Ähm. Dann bitte alles mitnehmen, was hier ist. Da ist noch ein Schränkchen. Und hier komme ich raus. Nee, da kann ich bloß hier oben drauf. Und. Ach, jetzt sag mir nicht, ich brauche unbedingt einen Seilpfeil, um da rüber zu kommen. Das wäre... Das wäre... Das wäre gemein. Das wäre so gemein. Hm. Was macht die Wache da draußen? Die ist nicht da. Da kommt sie. Na, da müssen wir nochmal einen kleinen Augenblick warten. Weil wir wollen ja nicht die Tür aufmachen in dem Moment, in dem er uns sehen kann. Aber er sieht ja eigentlich ganz freundlich aus, finde ich, oder? Ja, er kommt ja irgendwie gleich zurück. Aber... So lange möchte ich jetzt nicht warten. Äh, Tür zu. Und ab ins Eck. Und ich würde ja zu gern... Ach, ich kann speichern. Na, wenn das jetzt funktionieren sollte, das wäre ja... Das wäre der Hammer. Nee, es funktioniert nicht. Äh... Nee. Vielleicht nochmal diesen Knopf hier drücken. Nee. Ähm. So, weiterspielen. Mal gucken, was passiert denn, wenn ich da reinfalle? Nix. So, wie komme ich da jetzt rüber? Hier kann ich nirgends rausklettern. Hier kann ich auch nirgends klettern. Da kann ich auch nirgends klettern. Hm. Hm. Wie komme ich hier wieder raus? Da? Ja. Äh, äh, es ist mal wieder Blindheit. Guck mal an, was hier ist. So einfach kann es sein. Tja. Merken fürs nächste Mal, wenn man nicht weiterkommt, doch mal ein bisschen besser umgucken. Und da gehen wir in die Bank. Ja, ich möchte das nächste Kapitel beginnen. Ja, ich möchte das nächste Kapitel beginnen. Ja. Ja. Ja.